Und willkommen zu Let's Play Dueling Quest 9 Part 76 von Namen der 6ins 4. So endlich habe ich dieses blöde Vieh besiegt und bitte mach das, dass es nicht nur eine weitere Form hat. Darauf habe ich eigentlich keine Lust. Okay, bitte sei jetzt ehrlich nicht tot. Ja, sieg gut aus. Yes! Du hast es so weit geschafft, Nights. Ich habe Gottfried Korsam vorgetäuscht, in der Hoffnung, so die gefangenen Himmlischen zu befreien. Aber ich war zu schwach. Schlecht. Aber ich schäme mich meiner Tat nicht. Ich glaubte, richtig zu handeln. Ich bedauere nur, dass ich auch dich täuschen musste. Ich bin wegen dir aus dem fucking Zug gefallen. Aber okay. Das ist meine Erwartungen bei weitem übertroffen. Du bist wahrhaft mächtig. Doch, vielen Dank. Nights, du. Nein, 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 nein. Glaubst du, dass es hätte gereicht, um König Gottfried von Großbritannien auszuschalten? Eigentlich ja. Oh nein. Elendes Würmchen. Okay, er ist tot. Und mein Lehrer jetzt auch. Oh. Oh Mann. Dir ist nichts geschehen, Nights? Nein, mir geht's gut. Auch wenn ich tausendermal aus dem Himmel gefallen bin. Wieso hast du das jetzt gemacht? Oh Mann. Lobe den Allmächtigen. Meine Reise scheint hier zu enden. Du musst es zu Ende bringen. Du musst sie, die Himmlischen befreien. Ihn befreien. Meinen Lehrmeister. What? Oh Gott, meine Augen. Tja. Jetzt ist er tot. Lass die Kopf nicht hinken, Nights. Du hast mir ja recht, dass wir alle zu hoffen wagten. Immer lasst du doch den Boss von dem Bösen vermöbelt. Darüber werden doch alle froh sein wie der Mops im Haferbrei, oder? Wieder was? Hey, wir haben keine Zeit, Triebsal zu pusten. Das sind nur ein paar Himmlische, die wir retten müssen. Ach ja, da war ja was. Die werden wahrscheinlich irgendwo in dem Schloss gefangen gehalten. Komm schon, wir müssen los. Okay. Also, was für ein Zepter habe ich jetzt hier? Kann ich das ausrüsten? Ist das eine Waffe? Ich weiß es nicht. Ja, erbliches Erbstück der hässlichen Häupter Großbritanniens. Kann ich aber nicht nehmen. Verdammt. Okay. Jo, das wäre das, ne? So, müssen wir jetzt in. Irgendwo hier gefangen gehalten. Ja, das ist toll. Das hilft mir jetzt auch nicht viel. Gut. Okay, wo hatten sie die gefangen? Hm, ich habe keine Ahnung. Scheiße. Äh, ja gut. Ich will mich auf den Thron setzen. Der sieht bequem aus. Der war doch viel größer. Wie konnte er sich da draufsetzen? Ich verstehe es nicht. Also, egal. Schönes Pfeu Pfeu. Okay. Ja gut, wo soll ich jetzt suchen? Moment, die eine Tür, die ich nicht aufkriegen konnte. Oh, da muss ich hin. Okay. Denke ich eigentlich. Das ist das Einzige, was mir jetzt gerade einfällt. Okay, wo war diese Tür? Scheiße. Oh, da. Okay. Ich wusste es. Bäm. Das sieht ziemlich interessant aus. Ich will es anfassen. Okay, dann befreien wir die und können wir dann bitte endlich Feierabend machen. Ich will dabei einen extremen Urlaub hier nach. Uh, cool. Berührt. Au. Oh, fuck. Oh, Gott, dammit. Autsch. Ach. Ich bereue nichts. Sie hätten mich heilen sollen. Dammit. Ah, was soll's. Ui. Die Niederlage von König Gottfried von Großbritannienschloss schroffen war von einem furchtbaren Fluch befreit. Doch dahinter, in dem so lange versiegten Kerker, liegt eine noch größere Dunkelheit. Ich werde dafür beten, mein Kind, dass ihr die bevorstehende Prüfung herüber steht. Ja, ich möchte gerne speichern. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Mach einfach. Speicher einfach. Okay. Ich glaube, ich mache nachher einen Kaffee. Ich bin viel zu müde. Dankeschön. Ja, möchte ich. Okay. Dann befreien wir die Armensäcke mal, würde ich sagen. Okay. Ich hätte mich wirklich heilen sollen. Komm, ihr Monster. Ich glaube schon. Ja, tu uns. Ich gehe mich, glaube ich, erstmal heilen, bevor ich hier rumrenne. Okay. Ah, wieder durch dieses Leuchtzeugs. Hm. Okay. Ah, verdammt. Okay. Auf drei rennen wir los. Eins, zwei, drei. Ah. Okay. Gut. Okay, woher wird dieses Teil nix? Okay. Gefunden. Ich dachte eigentlich nicht, dass es hier war, aber okay. Gut. Okay. Jetzt können wir. Blödemann-Quartett. Außen mit Gebrüll. Ah. Okay. Nee, Moment. Hier bin ich falsch. Dammit. Blödemann-Quartett. Wir haben schon mal verkackt. Okay. Los geht's. Wir freuen uns auf unsere Kollegen, würde ich mal sagen. Gut. Sieht ja nett hier aus, ne? Für das Innendekor. Oh. Ja, ich glaube, hier wurden ein paar Insassen vergessen. Schon ne Weile. Hm. Hey, Kumpel. Ah, Mann. Ich wollte eigentlich nicht gehen. Ich kann empfengen. Mit dem müssen wir uns doch jetzt eigentlich locker aufnehmen können, oder? Ich muss... Ah, haut alle drauf. Ich muss es gleich noch ändern. Das ist mir zu nervig, das jedes Mal zu machen. Okay. Mir schwankt hier Böses. Gut. Ähm. Taktik. Alles klar. Ähm. Was sag ich nochmal? Gnadenlos. Ja, du bist gnadenlos. Du... Nein. Du auch. Und du heilst, äh, MP. Was wollte ich jetzt noch? Wunden heilen. Okay. Gut. Äh... Oh, der wurde hier wirklich vergessen. Haha. Oh, nein. Ich bleibe unser Land des Imperiums, aber ich trottel habe einen direkten Befehl misstattet. Ich bin so hier gelandet. Ich brannte darauf, für das Gute halt recht zu kämpfen und sogar zu sterben. Aber sich der Kräfte von Monstern zu bedienen und an Macht zu gewinnen. Nein, dann mache ich nicht mit. Alter, die Knochen sind hier überall. Autsch, Autsch, Autsch. Nein, 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 geh weg. Oh. Ein Allraun-Marschall. Oh, nein, nein, nein. Oh. Oh. Kann ich mir den Drachen jemand setzen? Sieht wie ein Drache aus. Probieren wir es mal. Never mind. Okay, dann setze ich das gegen die Statue ein. Das ist bestimmt viel. Ah. Ich dachte, das sieht zum ersten Mal normal an. Gibt, das wird irgendwie traurig. Okay. Gut, äh. Oh ja, hier geht's weiter. War kurz verwirrt. Ah, herrlichen Loch. Oh, wie ich jetzt liebe. Äh. Oh, Mann. Nein. Oh, Mann. Okay, das erklärt so einiges. Und, äh, müssen wir die hier jetzt befreien? Ich hab da wirklich ein ganz mieses Gefühl. Wieso bin ich das da jetzt so viel? Na, so egal. Ich weiß, wo irgendwas Dummes wird dir gleich passieren, aber ich weiß nicht mehr was. Oh, goddammit. Das werden wir da ja sehen, ne? Oh, sind das Särge? Oh, Junge. Ah, ist schön. Ah, ich erinnere mich gerade ein bisschen an Anatel. Ähm. Uh, Federungsflügel. Brauche ich nicht. Ah, Statue. Okay. Was ist das denn hier noch? Äh. Au. 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 Dammit. Okay, das sind die Dinger. Ein uhrerstehendes Buch. Kann ich, äh, aber nicht hinzufahren. Oh, schön. Astralien und außergewöhnliche Ausrüstung. Genau so etwas, das in einem bösen Schloss für diesen Jahr sein muss. So ein Buch. In diesem Buch gilt es die rasantesten Rezepte für anspruchsvolle Alchemieköche. Gutes Klingen. Kaiserin Peitsche, Kaiserachs und Silberschild. Und Spiegelrüstung. Eine, was? Katoptrikrüstung und Celestriergewand. Was für eine Rüstung. Alchemie für höchste Ansprüche. Huh. Mitlese dieses Alchemie einmal nach. Der Achat der Evolution ist Beweis für höchste Alchemie-Kunst. Standweisen, Goldbarren und Achat der Evolution. Goldbarren? Ho, ho. Und Manifizit. Okay, sagt mir alles nix. Schön. Ein Wolverine-Verschnitt. Ernsthaft? Aber waren die nicht in dieser komischen Höhle? Krallen. Ja. Ihr seid Wolverines. Das ist einfach so. Besiegt von Krallen. Ha. Okay, so weit, so gut. Dann, äh, holen wir die da mal raus, würde ich sagen. Gut. Okay. Wieso müssen die Dinge so pulsieren? Du bist frei! Flieg in die Freiheit! Kannst du gerade, glaube ich, nicht. Oh doch, kannst du. Na jetzt, bist du das wirklich? Kann das denn sein? Na. Ich bin ein Fragment deiner Fantasie. So, ruf mir die. Wieso können die eigentlich noch stehen? Die anderen waren alle total fertig. Aquila ist nicht mehr. Hm. Das ist zumindest eine passende Strafe, wenn man solchen verrat. Äh. Ja, also deswegen. Du sagst, der war Kaffee-Räte? Dass sie zusammen... Äh. Hab-hab-hab-hab-hab-hab-hab. Zusammenarbeit mit dem Imperium vorgestellt hat, um uns alle zu retten? Habla-blabla-blabla. Jetzt wollte ich ihn nochmal ansprechen. Damit. Okay, ja. War vorhin verschnitt. Na, geh weg. Ich will aufschließen. Ah, geh weg. Oh Gott, damit. Oh, was ist denn noch alles? Nein, Moment. Äh. Drachengieb, okay. Ich will wissen, ob das mehr bringt. Was ist denn so eigentlich? Ich meine, es sieht aus wie ein Drache. Man muss Drachengieb hier wohl was bringen, oder? Und ja, okay, es bringt was. Holy shit. Nice. Wo war ich jetzt? Ah ja. Freiheit! Wow. Yo. Na, du hast mein Leben gerettet. Und ich dachte, du wärst die Letzte, die mir zu Hilfe allen würde. Als wir hätten das Imperium habe vor uns bereits schon... Äh, blablabla-blablabla. Vor uns bereits Himmlischer gefangen genommen. Waren wir sicher, dass du das warst? Tja, ich hab nur meine Flügel und Heiligen Scheine verloren. Und ich bin jetzt zu verdammt, hier rumzulaschen und die Welt irgendwie zu retten. Das ist ganz toll. Das wäre so viel einfacher gewesen, hätten wir einfach die ganzen anderen Himmlischen mitgenommen. Zum Angriff. Ein großer Griff hier drauf. Aber nein! Du hast großes Gleis, den Knights. Aber in den Tiefen des Plastik, behaltet noch jemand auf Rettung. Du brauchst dich nicht mehr, um uns zu kümmern. Geh zu ihm und befreie ihn nach all der Zeit. Ah ja, das war's! Oh. Haha! Ihr kommt hier nicht her! Nein, nein! Fuck! Gott, das war richtig... Scheiße! Okay, das war's! Okay, das war's mal dumm. Ups! Ja! War ich nicht nett? Ich hab sogar die Tür vor euch geöffnet. Upsi! Ha! Aula! Okay, das war ziemlich dämlich. Gut. Weiter geht's. So! Ich glaube, so langsam erinnere ich mich, was hier gleich passiert. Und es wird ziemlich scheiße sein. Au! 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 What the fuck bist du... Achso, du bist du unding. Okay. Noch ein schönes Loch! Oh Junge, wo soll ich jetzt so lang? Da, 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 da. Okay, hier geht's auch nicht weiter. Okay, das ist... Grenzenbeschneiden. Okay, dann hier. Oh, da geht's auch nicht weiter. Okay. Dann... Oh, fuck! Goddammit! Was bist du denn? Ein Panzerdrache! Aber da kann ich auch Drachen die Beine setzen, oder? Das ist doch eigentlich... Ich find ein Gesichtsausdruck, Leute. Der Best Park. Ich kann auch mal wieder gucken, ob ich irgendwas alchemieren kann, aber... Näh. Ob ich überhaupt keinen Bock habe. Ich sollte mal gucken, was für Missionen ich gerade überhaupt alles angenommen habe. Die werde ich zwar eh nicht machen, aber trotzdem. Okay, ist... Wo bin ich gerade? Obli, jetzt... Äh... Tö... Keine Ahnung, wie man das aussprechen soll. Oh Gott, eine Krabbe! Oh, ist das weitläufig hier! Oh, ist das schön! Eine Königskraube, Entschuldigung, und ein Abgrundtaucher. Wie sieht das aus dem Aus? Irgendwie. Wachst du eben, wie der einfach so rumschwebt. Hat was. So ohne Wasser. Aber hey, er ist am Lächeln. Ist das nicht putzig? Können Sie bitte tot gehen? Dankeschön! So putzig! Okay. Gut, das war Let's Play Dueling Quest 9. Part 76, glaube ich. Ich glaube, ja. Danke, was angucken! Meep, meep!